Wird mich Altersarmut betreffen? Es gibt viele verschiedene Gründe, die zu Altersarmut führen können. Die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus durch die demografische Entwicklung betrifft alle Rentenversicherten und wird zu deutlichen finanziellen Einbußen im Rentenalter führen, auch für Besserverdienende. Dieses Problem ist nicht ungewiss, sondern wird mit Sicherheit die Mehrzahl aller Versicherten betreffen. Erschwerend könnten folgende Umstände hinzukommen. Berufsunterbrechungen wie zum Beispiel Erziehungs- und längere Krankheitszeiten. Arbeitslosigkeit. Niedriglöhne. Kommt es zu einer Kombination dieser Gründe, was in einem Berufsleben von 30 bis 40 Jahren schnell passieren kann, steigt das Risiko erheblich, im Alter nicht ausreichend Rente zu erhalten. Aktuell droht bereits ab einem Bruttoeinkommen von unter 2.500 Euro monatlich immer mehr Menschen die Altersarmut. Derzeit geht man von ca. 11 Millionen Menschen ab dem Jahr 2030 aus. Die Altersvorsorge in Deutschland basiert auf drei Säulen bzw. Schichten. Der gesetzlichen Rente, der betrieblichen Altersvorsorge sowie Riester-Rente und der privaten Altersvorsorge. Doch gerade die gesetzliche Rente fängt an zu bröckeln. Denn die Höhe der gesetzlichen Renten hängt stark von der Entwicklung der Altersstruktur ab. Zur Gründung der gesetzlichen Rentenversicherung 1889 wurden die Deutschen durchschnittlich 40 Jahre alt. Die Rente wurde aber erst ab 70 gewährt. Bereits im Jahr 2030 wird jeder dritte Deutsche über 60 Jahre alt sein und wir werden im Schnitt über 80 Jahre alt. Heute finanzieren 100 Arbeitnehmer die Bezüge von etwa 50 Rentnern. Im Jahr 2040 werden sie bereits 90 Rentner ernähren müssen. Um das Umlageverfahren beibehalten zu können, müssen die Beiträge zur gesetzlichen Rente in Zukunft weiter angehoben und die Rentenleistungen weiter gesenkt werden. Durch das weiterhin sinkende gesetzliche Rentenniveau entsteht eine Versorgungslücke, die nur mit eigener Zusatzversorgung geschlossen werden kann. Die Versorgungslücke ist die Differenz zwischen dem finanziellen Bedarf im Ruhestand und dem Einkommen, das Ihnen dann tatsächlich zur Verfügung steht. Damit Sie im Alter aus finanziellen Gründen nicht auf Ihren gewohnten Lebensstandard verzichten müssen, sollten Sie sich rechtzeitig um eine zusätzliche private und betriebliche Vorsorge kümmern. – Das ist ein Besatz der Differenz der Differenz auf Ihren Weg, das ist ein Besatz des Künstler, das ist ein Besatz des Egoers und der Differenz. Vielen Dank.